Er ist irgendwie für mich wie so ein großer Bruder. Max hat leider einen Fehler gemacht, er hat nie das Angebot aus St. Brücken angehört. Ich bin froh, dass er ihn vorhin hat. Ein witziger Typ überhaupt. Ja, das ist nicht drauf, oder? Okay. Ich bin ein ganzer geschmeidiger Typ. Nein, im Vergleich zu anderen, ich bin sicher nicht die Wurfkanone. Ich bin nicht der, der von zehn Metern draufhauen kann und probiere das Ganze, ein bisschen das Geschmeidige rumzubringen und so meinen Erfolg zu suchen. Chef. Ja. Ich habe immer gedacht, Chef sein wäre lässig. Nichts verarbeiten, Geld verdienen und die anderen arbeiten lassen. Ich habe wirklich alles gespielt. Also vom rechten Flügel. Das war immer so. In einer höheren Jugend war ich dabei und dort, wo gerade der Platz frei war, habe ich gespielt. Und ich habe sogar ein Jahr lang im Tor gespielt, was ich dann gehabt habe. Und wieso denn nicht die Karriere als Tormann? Ich bin eigentlich ganz froh, weil man sich die Goale anschaut, wie sie jetzt drauf sind. Und man sagt ja auch, Linkshänder und Torhüter, das ist sein eigenes Kapitel. Und von dem her bin ich ganz froh, dass er einen Fall geführt wird. Ich bin ein sehr intelligenter Mensch, weil sehr viele Dinge. Der Bax ist, glaube ich, einer, der gerne andere Leute ein bisschen ärgert und ein bisschen auf die Nerven geht oder so. Aber er war freundlich gemein. Ich bin, glaube ich, ein gescheiter Typ. Es ist so, wenn man Probleme hat oder wenn man irgendwie was wissen möchte. Der Bax ist ein unglaubliches Allgemeinwissen, wo man einfach... Ich kann einfach in jeder Situation einen guten Rat geben. Ich sage mal so, ich weiß ein bisschen mehr als der Robert. Aber es heißt lange nicht, dass ich alles weiß. Mit Hinwieder musste ich meinen Plätze nicht zahlen. Und der glaubt es trotzdem, dass es stimmt. Man kann da auch total ernst sein und man kann über alles reden. Und auf der anderen Seite ist er ein Tod, wo er halt unglaublich viel Spaß haben kann. Von in sich habe ich den Hund, weil er den Beruf und die Schwarte so gut verbinden kann. Ich glaube, das macht nicht jeder in seinem Urlaub. Ist er beim Team. Das heißt, reizt hat er nicht wirklich. Witzig und er ist der einzige in ihm, der auch noch Arbeit, wie ich quasi. Und wir unterhalten uns dann immer, wie wir lesen, wie ich jetzt am Nachmittag geschlafen gehe und dass er noch Frühstück macht. Wir hoffen, dass er das beruflich auch in Zukunft hinkriegen wird, dass es ausgeht. Und wie ich schon über Paco Börsman gesagt habe, kann ich mich auf die Nationalmannschaft auch nicht unbedingt vorstellen.